Dumme Mann, der kann gar nichts. Kann auch nicht. Ja, was bringt mir das denn? Der bringt mir noch Null da. Kann ich die Portoblöcke eigentlich setzen? Kann ich nur wohin setzen. Ja, der eine Schalter, den ich betätigt habe, der hat mir auch Null gebracht im Prinzip. Und ansonsten, eine Verbindung zwischen denen scheint es nicht zu geben. Nö, gibt es doch nicht. Ja, wie soll das gehen, Leute? Das hier ist schon wieder so ein Rätsel, wo ich schon wieder kotzen könnte. Weil mich das einfach schon wieder so unglaublich aufregt gerade. Und mir ist warm, mir ist warm, mir ist warm, mir ist warm. Ja, bei dem anderen Rätsel war das so, ich habe irgendwas gemacht. Ich habe gar nicht mitgekriegt, weil ich überhaupt gemacht habe. Aber der, was soll der mir denn bringen? Der bringt mir noch Null da. Ich habe so eine... Hä? Ich verstehe das nicht. Wie soll das weitergehen? Ich verstehe das nicht. Licht anmachen? Hallo, Mann. Hier ist noch nichts mehr im Endtag. Ich muss doch mit dem Fuck-Umbrella machen. Ja, hier muss ich auf jeden Fall drauf. So, und dann weiter. Meine Vermutung, wie gesagt, ist, dass ich auf Gene Blockdome muss. Was hat einer gesagt? Ich soll mal F4 drücken. Debug-Mode. Was ist das denn? Aha, das sind da überall so Ess-Dinger. Wenn ich F5 mache, ja, habe ich, habe ich die Sicht. Die ist im Übrigen richtig behindert. Was ist, wenn ich F3 mache? Dann, klar, habe ich das. F2. Screenshot. Ja, F1 probiere ich nicht. Und F6 hat er mir am Anfang verboten von der Map. Da wollen wir ja auch nicht brechen, das Verbot, ne? Nee, machen wir nicht so. Alter, wie soll das denn gehen, ey? Boah, ich kriege gleich einen Instant-Ausrast. Da habe ich noch einen Schlüssel. Ich habe noch zwei Silberne. Was gammle ich hier eigentlich rum? Aber man braucht bestimmt hier das. Man braucht das eigentlich immer. Die machen nichts umsonst. Die machen keinen Raum umsonst. So wie manchmal bei Zelda oder so. Da ist ja schon mal so ein Raum umsonst. Boah, die machen das einfach nicht umsonst. Und ich raffe nicht, wie das gehen soll. Ich gucke jetzt einfach nach. Moment. Jo, Leute, sagt er, der hat sich voll durchgecheatet, der Junge. Der hat hier gar nichts gemacht. Ich raffe zwar nicht, warum der hier null gemacht hat, aber der ist hier nicht mehr hingegangen. Der ist weggegangen. Und das gehen wir jetzt gleich auch den Weg, den er gegangen ist. Weil mir fällt echt nichts ein, wie man das hier machen könnte. Ich habe keine Ahnung. Ich würde, wie gesagt, hier drauf gehen. So, dann wird man danach da gepustet. Und ja, hier hast du Pech gehabt. Nun gut, Leute. Der hat Folgendes gemacht. Er ist hier durchgegangen. Was wir also, wo wir auch schon mal waren. Dann ist er jetzt einen Weg gegangen. Den habe ich nicht gesehen. Und zwar ist er hier. Dann kam er hier genau. Die hat er in Ruhe gelassen. Wir machen ihm jetzt einfach mal ganz dezent und unbemerkt nach. Gehst du bitte da hoch. So. Und... Ne. Doch. Ja, dann hat er, glaube ich, dasselbe aufgemacht. Wie wir. Er ist aber hier hochgegangen. Und hier war ich gar nicht. Aha, da unten. Was ist das von dem Gelben da unten? Hä? Das ist aus. Sagst du, das geht erst an, wenn man die beiden Schalter hat. Wie hat der Typ das denn dann gemacht? Warum ging das denn bei dem und bei mir nicht? Wie hatten wir den scheiß Schalter ohne Schlüssel angekriegt? WTF? Was ist das denn für eine Verarsche? Wartet mal. Also ganz im Ernst. Der Junge will mich, glaube ich, richtig provozieren. Der hat keinen Schlüssel mehr. Genau wie wir. Geht hier oben hin. Und jetzt kommt er gleich. Wartet. Das muss ich nochmal ausprobieren. Ich weiß nicht. Der hat auch nur... Ich habe extra geguckt. Der hat genau einen Schlüssel im Inventar gehabt. Genau so wie wir... Ja, Hauptsache erstmal, Adventurecraft kackt mal richtig ab hier. Oh Mann, jetzt ist alles in der anderen Hand. Scheiß Viecher. So. Warum kann der da durchgehen? Wieso? Wo hat der den Schlüssel her? Der hatte auch keinen mehr. Warum kann der Penner da durchgehen? Und ich nicht? Ich raff das nicht. Er geht hier hin. Er macht den Schalter runter. Habe ich gemacht. Er hat keinen Schlüssel mehr im Inventar. So wie ich. Ich habe geguckt. Und dann geht er da hin und öffnet die Tür. Der hat auch das nicht geschafft, was wir da gemacht haben. Hat er auch nicht geschafft. Boah, ich muss nochmal gucken. Sorry. Ey, wie geht das weg hier? Wir müssen irgendwo diesen goldenen Schlüssel anscheinend nicht geholt haben. Weil die haben alle. Alle haben irgendwo einen goldenen Schlüssel. Also irgendwo muss ich was übersehen haben, Leute. Ich weiß aber gerade auch echt nicht, wo ich das übersehen haben soll. Also, das ist mir echt ein Rätsel. Ich habe keine Ahnung, wo das nun sein soll. Ich meine, wir können doch mal mit dem grünen fliegen. Da habe ich alles. Und davor habe ich doch auch alles geholt. Ich meine, davor gab es gar nichts. Wenn wir ehrlich sind, ja. Davor gab es null. So. Ja. Und hier ist nichts mehr drin. Na ja. Und hier haben wir die Pressure Plate. Was damit aufging, war eher das... Grüne Dingen. Nun gut. Okay. Wir haben... Wie ging das? Das ist F6. Ne, F6. Hat er gesagt, Stützerab. Na, was ist das denn hier überhaupt? Debug Mode. Kann man dann fliegen? Irgendwie hat er mal gesagt, mit irgendeinem Debug Mode. Keine Ahnung. Was soll das sein, Debug Mode? Irgendwie muss man hier hochkommen. Irgendwie muss es gehen. Boah, ihr seid doch voll die Crankenhaus-Männer. Weil bei denen oben der Ventilator geht. Die betätigen beide Lever-Dinger und dann geht der Scheiß. Nur bei mir geht das wieder nicht. Und ich raffe echt nicht, warum das bei mir nicht geht. Ich raffe das einfach nicht. Da ist... Ich muss da einfach nur da hoch. Ich raste gleich aus! Wie geht das? Hm, oh, Scheiß! Ich krieg gleich Epileptische, Epileptische, Epileptische Anfälle. Epileptische Anfälle. Die haben alle auf jeden Fall den Kack nicht gemacht. Und irgendwie kommen sie zurecht. Ich frage mich nur, wie. Oh, wisst ihr was? Haltet doch einfach mal die Schnauze. Ihr habt null drauf, ihr Scheiß-Skeletze. Und kommt dauernd an zu mir und wollt ein Fight. Regt mich voll auf. Ja, wo sollen wir weitermachen, Leute? Ich verstehe jetzt nicht. Ich habe keine Ahnung. Hier, das geht nicht. Null. Nothing, 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 nothing about the chains, things. Jo, okay. Uns bleibt im Übrigen eigentlich nur eins. Wir gehen ganz runter. So. Wo gibt es noch irgendwas, was wir noch nicht gemacht haben? Blau. Wir haben aber alles gemacht. Ich muss hier weiter, normalerweise. Wo soll ich sonst lang? Es geht nirgendwo anders. Ich muss hier lang. Aber wo könnte ich denn zur verdammten Hölle irgendeinen Kack übersehen haben? Ich habe doch alles geholt. Nun gut, Leute. Ich muss jetzt auch erstmal wieder Pause machen hier. Ich mache eine Pause. Ich werde mich nochmal genau schlau machen. Wo man da jetzt weiterkommt. Und wie und weshalb überhaupt. Wieso, warum überhaupt. Ihr wisst schon. Geh es jetzt mal da hoch. Affe, ey. Nun gut. Okay. Hier erstmal der Cut. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Gravelpitch. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.